so leute jetzt wissen wir wo das live event statt es ist einfach über das live da war ich guck mal ob nie das irgendwo ist aber siehst du den rand und von der zone und hier ist doch ein raum das ist bei der agency glaube ich gewesen dass ich schwöre die halbe map geht agency ich lande erst mal bei diesem haus mit dem tannenbaum da kann ich eigentlich jetzt zurückspulen oder so und wie komisch die zone aussieht das sind halt echt fisch und so das wird richtig geil wenn das dann so gut da landet einfach nur eine halbe ist kurz ne 2 was als ob er auch hier lang was ich verloot finde was er mich hittet wie er mich hittet